Hallo, hallo, hallo liebe Freunde. So und da sind wir wieder. Lara, da lang. So, wir haben in der letzten Folge hier das Zahnrad entdeckt und den T-Rex besiegt. Oh, ist da Lava? Ach ne, das ist der Velociraptor, sah gerade von Weitem aus wie Lava. So, da geht's durch. Guck mir doch mal, was da unten so ist. Ah, das ist der Wasserfall. Okay. Hier komm ich noch hoch. Ist hier was interessantes. Muni, für die Schrotflinte. Okay. Zwei Zahnräder brauch ich noch. Eins hab ich schon. Zwei brauch ich noch. Hm. Ah doch, hier war ich, hier war ich. Ja, hier war ich ja eben erst. Hier ist der tote Velociraptor. Und da bin ich grad durchgeschwommen. Okay. Dann schau ich mich mal noch ein bisschen weiter um. Hm. Hier oben war ich ja. Oder? Ach ne, da ging's runter. Da war ich nicht. Ich guck nochmal hier rechts, ob da irgendwas ist. Hm. Ach ne, sah grad nur so aus, als wär da was. War der Texturübergang, der es irgendwie grad so aussehen lassen hat. Als wär da ein Eingang. So. Ach, hier war das. Ja, hier ging's nicht weiter. Da ist so irgendwie... Dieser Tunnel. Dieser Unterwassertunnel, der ihn irgendwo hinführt. Dann geh ich doch mal da hoch. Okay. Was gibt's hier? Das wirkt irgendwie... Okay, die Musik hat sich verändert. Ah, Kamera! Kann ich darüber überhaupt springen? Schaff ich das? Da brauch ich ein bisschen Anlauf. Okay. Und los. Ja. Und hoch, Lara. Hoch, hoch, hoch. Okay. Da liegt ein Zahnrad. Okay, okay, eins fehlt uns noch. Zwei haben wir. Dann wieder zurück. Ups! Aua, 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 aua. Dit war nicht gut. Oh, hier geht's rein. So, wie geht's das? Oh, das ist das. Ja, das ist das. Und das ist das, was ich überrascht. Okay, das führt nur hier hin. Ist da sonst jetzt nix? Kein Zahnrad oder sowas? Nur ein Raptor? Da fällt mir ein Raptor, aber auch ein geiles Spiel. Das ist scrolling, top-down, shoot'em up. Wo ist denn der? Kann ich da hoch? Ist da oben irgendwas Interessantes? Ne, da komm ich überhaupt nicht hoch. Hm, ich brauch den dritten Dings. Hier geht's noch rein in den Berg. Hm, ne. Sah nur so aus, da komm ich auch nicht weiter. Wo ist der dritte, das dritte Zahnrad? Kann ich hier unten rein? Kann ich da rein sch- Oh, ne, ne. Oh, was ist hier? Auch nix. Hm, zwei Zahnräder hab ich. Das dritte brauch ich noch. Aber wo? Ich guck mal im Mentar. Oh, was ist das hier? Zwei Zahnräder hab ich. Ja. Der dritte brauch ich nach wie vor. Hier war ich ja. Oder? Jupp, hier war ich. Kann ich da hoch? Ne. Ja, hier war ich. Hm. Rein logisch müsste das dritte Zahnrad da an dem Tempel sein, wo es nicht weiter geht. In diese Tempelruine. Mit dem... Ich wollte fast Springbrunnen sagen, aber mit dem Wasserspiel. Mit dem Dingsbums da. Ihr wisst, was ich meine. Da drin. Kann ich hier irgendwie hoch springen? Ne. Ne. Zahnrad, Zahnrad, wo ist denn das Zahnrad? Ich glaube auch nicht, dass man da hoch springen kann. Aber ich spring da nochmal rein und... Also hier ging's weiter, aber... Ne, ne, andere Seite. Hier ging's weiter, aber auch nicht so wirklich. Oh, da... Ah, da liegt das Zahnrad, ja. Boah, bin ich blind. Bin ich blind. Ich hab das nicht gesehen. Ich war schon ein paar Mal drin. In diesem Wässerchen und hab's nicht gesehen. Okay, jetzt haben wir alle drei Zahnräder. Jetzt können wir da... ...den Mechanismus reparieren. Gut, dann gehen wir doch mal zurück. Ich hab das echt nicht gesehen. Lauf, Lara, lauf. Lauf vielleicht auch noch schneller. So ein kleines bisschen. Wir haben jetzt alle Zahnräder. Ja, wie soll ich... Ah, Lara, komm, 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 du schaffst das. Wir glauben ganz fest an dich. Wir müssen da wieder hoch. Komm schon, Frau Kroft. Ist das nicht der Weg? Oh. Woops. Fast. Jetzt. Okay. Okay. Und ich hab nicht gespeichert. Hm, nicht gut. Echt nicht gut. Hier lang geht's nicht. Ach, komm, ich die mal mit, Kit. Das war grad echt nicht so gut. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass ich jetzt dafür ein Mat-Kit verschwendet hab. Hm, hm, hm. Da lang, oder? Ach, jetzt kommt hier dieses dämliche Sprung-Puzzle, äh, diese dämliche Sprung-Passage, wo die Kamera mich wahnsinnig gemacht hat. Okay. Da hin, und, woop. Ach, Lara. Platsch. Okay. Okay, und, 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 sprung. Okay, da hin. Hm. Ich speicher mal. Und. Okay. 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 Jetzt muss ich da hinspringen. Okay. Okay. Ach. Was muss dahinter. Was muss dahinter. Kamera. 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 Und. Hübs. Okay. Und. Hüübs. Ich speicher nochmal. Lara. Lara, ich hab doch. Das. Ah. Ich hab in die andere Richtung gedrückt. Nicht in die du. Frau Kroft. Ah. Da solltest du nicht hin. Okay. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Da lang. Wupp. Nicht in. Nicht in den Fluss, Lara. Nicht in den Fluss. Du sollst. Ach so. Ich könnte auch einfach alt drücken. Damit sie nicht. Damit sie langsam läuft. Und nicht über die Klippe springt. Okay. Ja, Lara. Du hast recht. Das war jetzt gerade eigentlich meine eigene Schuld. Entschuldigung, Lara. Ja. So war das nicht gedacht. Ach doch, mann, Lara. Okay, so. Ja. Und. Hübs. Lara, nee. Du solltest dich nicht fallen lassen. Du solltest hüpfen. Frau Kroft. Hübs. Wieso lässt du dich? Ich habe die Sprung-Taste gedrückt, Lara. Echt jetzt? Nicht cool? Oh. Du sollst doch eigentlich springen, Lara. So, so, so. Mit den Beinen und dann einfach so. Ja. Okay. Und jetzt. Oh. Ja, da hoch, doch. Komm, komm, komm. Gut, 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 gut. Es geht doch. Es geht doch. So, dann setzen wir jetzt hier gleich, wenn die Kamera mitspielt, die Zahnräder ein. Zahnrad 1. Zahnrad 2. Und schließlich das Dentalrad 3. Dentalrad 3. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Wenn wir jetzt den Hebel betätigen. Okay, wir ziehen den Hebel. Ja, was ist jetzt passiert? Was hat sich jetzt getan? Ich habe gerade keine Idee, was das jetzt gemacht hat. Natürlich. Okay, das Wasser scheint. Ja, das Wasser ist. Der Wasserstand hat sich verändert. Das ist alles gar nicht mehr so krass. Ah. Sieh an, ein Matkit. Okay. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt können wir hier lang schwimmen. Aber, ah, da geht es runter. Nicht ertrinken, Lara. Ach, falsche Richtung. Oder? Ja. Hier lang. Hier lang. Da kommt Licht. Da kommt Licht. Da kommt Licht. Okay, wo sind wir jetzt? Ah, da gibt es Muni. Da ist ein Matkit. Da ist noch mehr Muni. Ja, das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Ein Raum mit so viel Loot. Der weist meist darauf hin, dass jetzt gleich irgendwas Böses kommt. Ich speichere mal. Ah, ja. Gott sei Dank habe ich gespeichert. Ich springe mal noch ein bisschen. Ich glaube, das ist besser, wenn ich jetzt hier ein bisschen Anlauf nehme und darüber springe. Okay. Das ist wieder der Anfangsbereich, oder? Es wirkt zumindest so. Ja, von da kamen wir. Dann gehen wir doch nochmal hier lang. Muss ich da wieder in das Tal rein? Gibt es hier irgendwas Neues? Im Wasser? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Kamera. Upp. Irgendwo ging es hier. Da geht es weiter. Okay. Wie kamen wir von hier aus? Da weiter. Ich kam ja irgendwie von hier. Habe ich schon wieder in dem Weg vergessen? Ah, floppy. Ach stimmt, hier ging es hoch. Gucken wir mal, ob es hier irgendwas Neues gibt jetzt hinten in dem Tempel vielleicht. Ich lasse mal die Waffen gezückt. Wir wissen ja nicht, ob jetzt hier irgendwas Neues kommt. Vielleicht noch so ein T-Rex. Und vielleicht noch so ein T-Rex. Und vielleicht noch so ein T-Rex. Hier irgendwas Neues jetzt? Hm, das scheint Licht zu sein jetzt. Nee, nee. Was muss ich jetzt machen? Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich hab keine Idee. Ich hab keine Idee. Wobei, ich bin ja Lara Croft. Lara Croft singt bestimmt nicht Bass. Lara Croft singt eher. Ich hab keine Idee. Ich hab keine Idee. Hit me, baby, one more time. My T-Rex is killing me. And I must confess. I still believe. Ich geh da mal runter, komm. Nochmal hoch. Vielleicht ist es wirklich, dass... Wird halt ein bisschen Sinn ergeben, wenn's hier so... Ich geh da mal rein. Ich schau mich hier mal um. Oh! Okay, nee, das... Das war's nicht. Aber ich hab das Gefühl, dass das eventuell die richtige... Die potenziell richtige Richtung ist. Wupp! Okay, Lara. Wir gucken uns hier mal um. Hm. Ach, das ist das. Von hier kam er. Ja, das war dieses dämliche Sprungrätsel. Ach, was heißt Sprungrätsel? Diese... Unnötige Sprungpassage. Hm. Okay, dann ist das auch nicht die Antwort. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich nur hin? Wo muss ich hin? Ja. Ja, ja, ja. Wo muss ich hin? Hier lang? Nee, von da kam ich. Orientierungssinn. Orientierungssinn. Wo muss ich hin? Ich hab keinen Orientierungssinn. Da hinten war ja nur das Tal mit dem T-Rex. Hm. Das kann aber nicht die Lösung sein. Okay, das Wasser fließt jetzt anders. Und in dem Tal waren ein paar, äh... Ein paar Wasserfälle. Aber das kann es eigentlich auch nicht sein. Ich spring nochmal hier unten rein und guck nochmal, ob jetzt hier irgendwas neu ist. Nee. Hier geht's auch nicht weiter. Nee, nicht springen. Nicht schwimmen. Nicht schwimmen. Hoch. Rausziehen. Hm, von da kamen wir. Ah. Aha. 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 Ja. Geschafft. Okay, und weiter geht's dann in der nächsten Folge. Tschöö. Okay, 3 von 5, 10 von 16. Hm. Nicht so ganz ideal. Egal. Bis dann. Bis dann.